Ja, hallo, ich wollte noch was sagen. Zu der kämpferischen Perspektive auch international eine sehr interessante Information, wie wir alle jetzt festgestellt haben, müssen wir uns gegenseitig informieren, damit wir gemeinsam was auf die Beine stellen. In England haben alle Gewerkschaften, alle bedeutsamen Gewerkschaften, gemeinsam beschlossen, einen Generalstreik auszurufen. Und zwar der erste seit 1926. Und das ist auf jeden Fall mal eine bedeutsame Nachricht. Und vorhin wurde ja hier gesagt, anscheinend kommt immer erst was in Nachrichten, wenn die Leute dann auch schon erst auf die Fresse bekommen. Und als ich mich gerade nur so einen Meter weiter auf die Straße gestellt habe, hat mir der Polizist suggeriert, dass mich ja rein zufällig mal umfahren könnte. Und das wollte er nicht, weil er den Auftrag hat, mich zu beschützen. Ich werde mich auch gleich nochmal auf die Straße stellen. Und wenn dann ein Autofahrer aussteigt und vielleicht zuhören möchte und sein Auto hier abstellen möchte, weil das gerade mal eine relevante Sache ist, dann fände ich das auch sehr begrüßenswert. Und was zu dem Thema Protest. Das heißt, es geht nämlich nicht nur darum, was ich auch wichtig finde, was du vorhin gesagt hattest, sich gegenseitig direkt demokratisch auszutauschen, sondern es geht eben auch um Widerstand. Und wir werden dieses kapitalistische System nicht überwinden, wenn wir nicht Widerstand leisten. Und ja, die Illusion dürfen wir uns nicht machen. Und die Leute, die in Spanien jetzt gerade reichlich eingedeckt werden mit Polizeiknüppeln und Pfefferspray und was weiß ich nicht alles, die setzen auf den deutschen Widerstand. Weil wenn der nicht da ist, dann kann es in den anderen Krisenländern noch sehr, sehr lange kriseln. Und wenn wir hier keine, ja, wirklich ernstzunehmende antikapitalistische Alternative auf die Beine stellen, dann wird es auch nichts bringen, dass die anderen Länder noch 100.000 mehr Menschen auf den Straßen haben. Also, ja, da sollten wir uns alle mal ein bisschen Gedanken drüber machen und sehen, wie wir uns am besten organisieren und den Widerstand organisieren. Genau. Vielen Dank.